So, Penny, und nun fahr los. Der kann aber nicht über 140. Hast du wenigstens genug Benzin? Nein, ach du meine Fresse. Na dann ran hier. Ja, voll. Ach, krach. Halt rein, das Ding. Ja, das ist gut, Mr. Wuchtmeister. Macht sie nun 40, 50, mein Herr. Was? Kann ich mal bei Ihnen telefonieren? Ja, bitte da drin. Hey, stopp, halt, halt. Hey, nicht so schnell. Hey.